Musik 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 Nee, vier sitzen wir. Drei, vier. Ja, wir sind richtig. Wir auch. Ganz hinten. Weil es der A330-200 ist, glaube ich. Ich hoffe, man kann mich irgendwie verstehen. Wir sind wieder auf Reisen. Das war unschwer erkennen, das sagst du jedes Mal. Das sage ich jedes Mal. Dieses Mal geht es in Karibik nach Punta Cana und wir fliegen mit der niedelnagelneuen Business Class von Eurowings Discover im A330-200. Das ist jetzt kein Champagner, das ist jetzt Wasser, was du bekommen hast. Aber ich hoffe, wir kriegen gleich mal was Alkoholisches zu trinken, damit wir uns ein bisschen entspannen können. Wir hatten eigentlich gedacht, dass wir in der vorletzten Reihe sitzen, aber dadurch, dass der so klein, also klein ist, ist eine Nummer klein, da sitzen wir in der vierten Reihe in der Business Class in der Mitte tatsächlich ganz hinten. Das ist eigentlich genau das, was wir wollten. Also perfekt. Was sagst du zu den Sätzen? Die Sätze sind ganz gut gegräbt. Bisschen wie in einer Lufthansa Business Lounge mit dem Fußraum. Ist der so frei. Das wird schon gehen. Polsterhärte. Aha, du kannst schon mal einstellen, ob das ein bisschen weicher oder härter sein soll. Das heißt, wahrscheinlich wieder Luft gefüllt. Ja, dann die klassischen Funktionen. Also ganz flaches Bett. Relax-Funktion. Oder jetzt? Ja. Okay. Ja. Ist das ein bisschen schmalt? Boah. Gitterbar. Und dann eigentlich das Boden nochmal raus, dann hat man ja auch mal ein bisschen was. Ja. Ja. Von der Länge ist aber gut, oder? Ja, aber es ist ein bisschen hängen, ne? Ja, du bist ja ein breiter Kerl mit breiten Schultern. Da ist das Amenity Kit. Mach mal auf. Graue Socken. Schlafmaske. Zahnbürste. Eine Zahnbürste. Kopfhörer. Und was hast du hier noch? Brotstipsel. Ganz klassische Brotstipsel. Alles da, was man braucht, aber nichts Besonderes, oder? Nö. Bestes Wetter über Frankfurt. Nichts Besonderes. Nichts Besonderes. Nichts Besonderes. Nichts Besonderes. Allgemeine Zahnbürste. Sehr gut, aber auch". Also die Auswahl der Filme ist ja übersichtlich und ich habe eigentlich auch nur zwei aktuelle Filme entdeckt, die ich noch nicht gesehen habe, aber ich werde schon was finden. Vielen Dank. 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 Es ist echt warm. Es ist richtig warm. Spül warm. Es ist echt warm. Es ist echt warm. Es ist richtig warm. Untertitelung des ZDF für funk, 2017